Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Wir befinden uns jetzt in der Vorlesungsreihe des Steuerrechts, genau genommen in der 10. Vorlesung. Und heute werden wir uns die Sonderfälle der Umsatzsteuer auf, ich glaube es sind nur 9 Folien, anschauen. Ja, legen wir mal mit diesem kurzen Video los. Entsprechend kurz ist auch die Gliederung, hier sind eigentlich die ganzen Sonderfälle. Das erste ist der innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäft, das zweite ist die Differenzversteuerung, das dritte ist wie Kleinunternehmer zu bewerten sind und was eigentlich Kleinunternehmer im Sinne dieses Rechts sind und das vierte ist das sogenannte Factoring. Fangen wir natürlich an mit dem innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäft. Hierzu finden wir die Regelung in dem § 25b des Umsatzsteuergesetzes und der Absatz 1 davon besagt, was ein innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft ist und dieses liegt nach diesem vor, wenn erstens drei Unternehmer, die alle in verschiedenen EU-Staaten sitzen müssen, über ein und dieselbe Sache ein Geschäft abschließen. Zweite Voraussetzung, der Gegenstand der Lieferung von dem ersten Lieferer zum Abnehmer transportiert wird. Geregelt ist auch, wer hier Schuldner der Umsatzsteuer ist und das sagt der Absatz 2. In diesem Fall schuldet der Endabnehmer die Steuer für die letzte Lieferung. Damit ähnelt es im Prinzip einem Reihengeschäft. Schauen wir uns das nochmal an. Wir haben hier Land A, B, C. A hat einen Vertrag mit B, B hat einen Vertrag mit C, aber die Lieferung zwischen A und C statt und wird von A durchgeführt. Konkret liegt also ein Reihengeschäft also vor, wenn Unternehmer C bei B eine Sache bestellt, dieser jedoch diese bei A bestellt unter der Voraussetzung, dass A die Sache direkt zu C liefert. In dem Fall liegen zwei Lieferungen vor und wir müssen es ähnlich betrachten wie beim Reihengeschäft. Wir haben hier die zwischen A und B, die ich kurz AB nenne, sowie zwischen B und C, die ich BC nenne. Lieferung AB ist eine innergemeinschaftliche Lieferung. Es gilt für den Ort der § 3 Absatz 6 USTG, da wo der Versand beginnt. Die Lieferung BC ist eine unbewegte Lieferung. Es gilt für den Ort § 3 Absatz 7, also das sind ja die unbewegten geliefert, äh genannt, Satz 2 Nummer 2 USTG, und zwar da, wo der Versand endet. Ja, damit sind wir schon beim nächsten Thema, der Differenzversteuerung. Hierzu finden wir es im § 25a Absatz 3 USTG, und zwar wie der Name bereits vermuten lässt, wird in diesem Sonderfall halt nur die Differenz zwischen Einkaufspreis und dem Nettoverkaufskreis besteuert. Absatz 1 regelt, wann das möglich ist, und zwar erstens, wenn es sich bei dem Verkäufer um einen Gebrauchthändler, also einen Wiederverkäufer, handelt, und dass dieser die Sache ohne Umsatzsteuer erhalten hat, zum Beispiel wenn er es von einer Privatperson abgekauft hat, oder er sie selbst im Rahmen der Differenzversteuerung erhalten hat, also bei einem anderen Gebrauchthändler dieser erworben hat. Im Absatz 6 Satz 2 steht weiterhin, dass Handel der Unternehmer sowohl mit Gebrauchtwaren als auch mit Neuwaren, so muss er über beide Arten davon getrennte Aufzeichnungen vornehmen. Es gibt auch noch eine Vereinfachungsregel, die finden wir in § 25a Absatz 4, und die besagt, dass für alle Gegenstände, deren Einkaufspreis 500 Euro nicht übersteigt, darf der Unternehmer innerhalb des Besteuerungszeitraums die Gesamtdifferenz, die Netto-Differenz, habe ich extra in Klammern, bilden, sodass diese dann die Bessenzungsgrundlage bildet. Ja, dann kommen wir schon zum dritten Sonderfall, der Kleinunternehmer, der ist in § 19 des USTG geregelt und in Absatz 1 steht, Kleinunternehmer ist, dessen Bruttoumsatz im Vorjahr maximal 17.500 Euro betrug und im aktuellen Veranlagungsjahr maximal 50.000 Euro betragen wird. Hier gibt es eine Sonderregel, die sich hier nicht so rauslesen lässt aus dem Paragrafen, und zwar wenn es kein Vorjahr gibt, sprich eine Neugründung vorliegt. So muss der geschätzte Umsatz im Anmeldeformular angegeben werden, das sowieso, aber wenn er auf maximal 17.500 Euro geschätzt wird, so gilt der Unternehmer als Kleinunternehmer, bis er diesen Umsatz überschreitet. Vorteil des Kleinunternehmertums ist natürlich Umsatzsteuerbefreiung. Mit der Umsatzsteuerbefreiung geht aber in der Regel natürlich auch ein Nachteil einher. Sie haben auch keinen Anspruch auf einen Vorsteuerabzug. Damit kommen wir zu § 19 Absatz 2 USTG, und zwar die Optierungsoption. Unternehmer kann freiwillig auf die Kleinunternehmerregelung verzichten, wodurch er umsatzsteuerpflichtig aber vorsteuerabzugsberechtigt wird. Wann macht das Sinn? Wenn natürlich der Unternehmer selbst sehr viele Einkäufe etc. tätig, also viel Vorsteuer ziehen kann, selbst auch wenig Sachen verkauft oder Dienstleistung anbietet, dann wird er in der Regel mehr Vorsteuer abziehen können, als er Umsatzsteuer zahlen muss, und wird er somit eine Nachzahlung im umsatzsteuerrechtlichen Sinne erhalten. Und da ist diese Option natürlich ganz hilfreich. Und damit sind wir beim Thema 4, das Factoring. In den Steuergesetzen ist das Factoring leider nicht geregelt. Man findet dazu aber etwas in dem Umsatzsteueranwendungserlass, kurz USTAE, und zwar dort in der Nummer 2-4. Und aus der habe ich jetzt mal einiges rausgeschrieben, ganz grob. Und zwar bei dem Factoring handelt es sich wirtschaftlich um den Weiterverkauf von Forderungen an einen Faktor, welcher damit auch das volle Risiko trägt. Hier rechts sind wir das mal dargestellt. Wir haben A, B, C. B ist der normale Unternehmer, der eine Forderung gegenüber A hat, sprich B ist der Lieferant von A. Und C ist der sogenannte Faktor, der die Forderung von B abkauft. Gut, interessant ist ja, im Prinzip verkauft man ja eine Forderung weiter. Das heißt, wenn man das so hört, weiterverkauft, dann denkt man erstmal an eine Lieferung. Aber wenn man weiter an Dachdenkt, sehen wir, dass es steuerlich betrachtet eine sonstige Leistung, und zwar nach § 3 Absatz 9 USTG vorliegt, weil ja der Faktor dem Unternehmer selbst eine sonstige Leistung erbringt. Im Prinzip ist das ja sowas wie ein Insolvenzunternehmen und ähnliches. Sie tun ja nur die Forderung für ihn in gewisser Weise eintreiben. Wichtig beim Faktoring ist, dass die Bemessungsgrundlage die Differenz zwischen der Forderung und dem Verkaufswert der Forderung an dem Faktor darstellt. Ansonsten gelten hier die üblichen Regelungen für sonstige Leistungen. Machen wir ein bisschen Übungen dazu. Aufgabe lautet hier, gebt bei den unten stehenden Sachverhalten folgendes unter Angabe der zutreffenden Gesetzungsstelle an. Und zwar Leistungsart, den Leistungsort, die Steuerbarkeit, Steuerpflicht, Steuersatz, Bemessungsgrundlage, Steuerhöhe, Entstehung der Steuer und Steuerschuldner. Kleiner Hinweis, in allen Fällen liegen natürlich ordnungsgemäße Rechnungen vor, ansonsten können wir hier ja gar nicht arbeiten. Sprich, das volle Programm, und zwar für ein paar Sonderfälle. Ich wünsche euch viel Erfolg. Wie ihr meine Videos kennt, am besten ihr pausiert. Ich springe zur Lösung, ihr lasst es dann weiterlaufen und wir vergleichen mal, was am Ende rauskommt. Viel Erfolg! Okay, schauen wir uns mal die Lösung dazu an. Also, wir starten natürlich mit Aufgabe 1 und beginnen, das Schema ist ja bekannt, mit der Leistungsart. Hier greifen wir nach § 3 Absatz 1 des Umsatzsteuergesetzes zurück und können sagen, hier liegt eine Lieferung vor. So, dann kommt hier der Leistungsort. Das ist nach § 3 Absatz 6 des Umsatzsteuergesetzes Augsburg. Steuerbarkeit. Hier greift § 1 Absatz 1 Nummer 1. Ist steuerbar, da in Deutschland gelegen. Steuerpflicht. Wenn ich § 4 hineinschaue des Umsatzsteuergesetzes, da sehe ich keine Befreiung, die ich hier geltend machen könnte. Steuersatz. Findet ihr in § 12 Absatz 1 Umsatzsteuergesetz. Das ist 90% der Regelsteuersatz. Die Bemessungsgrundlage nach § 25a Absatz 3 Umsatzsteuergesetz sind 50 Euro. Die Steuerhöhe müssen wir ausrechnen, 50 Euro, darauf 19%, macht 9,50 Euro. Die Steuer entsteht nach § 13 Absatz 1 Nummer 1a des Umsatzsteuergesetzes im August 2016. Die Steuerschuld liegt bei K. Put nach § 13 Absatz 1 Nummer 1a des Umsatzsteuersatzgesetzes im August 2016. Und ein Vorsteuerabzug. Hier finden wir aus dem § 15 Absatz 1 Nummer 1a des Umsatzsteuergesetzes im August 2016. Vorsteuerabzug hat der Klaus eingetragener Kaufmanns. Okay, zweitens. Die Leistungsart ist hier eine sonstige Leistung nach § 3 Absatz 9 USTG. Der Leistungsort liegt in Kiel nach § 3a Absatz 3 Nummer 1c. Steuerbar ist es, weil hier wieder der § 1 Absatz 1 Nummer 1 greift, denn es liegt ja in Deutschland. Steuerpflicht, § 19 Absatz 1. Sonderregel, steuerfrei, da es sich um einen kleinen Unternehmer handelt. Steuersatz. Keine Angabe notwendig, ist ja steuerfrei. Was wir allerdings machen müssen, ist die Bemessungsgrundlage dennoch anzugeben. Die Regelung ist in § 10 Absatz 1 USTG zu finden, sind 2.000 Euro. Ja, und der ganze Rest, den können wir uns ganz einfach mal gesagt schenken, da das bei steuerbefreiten Sachen nicht weiter notwendig ist. Okay, damit bin ich durch. Wie versprochen war das Video relativ klein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben jetzt die ganze Umsatzsteuer damit abgeschlossen. Es geht dann weiter bei den nächsten Videos erstmal mit der Gewerbesteuer. Danach werde ich den Rest der Einkommenssteuer machen. Da hatte ich ja nur die erste Hälfte. Und im Rahmen der Steuergesetze werde ich dann zuletzt jetzt darauf hin folgen. Noch mal in die Körperschaftsteuer, die aber relativ einfach ist, wenn man die Einkommenssteuer verstanden hat. Okay, ich verabschiede mich, wünsche euch einen wunderschönen Tag, wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ciao. Hoi! Vielen Dank.